Was geht ab? Peace on the Bauer und da euch begrüßen, eins von euch und hoffe euch geht es gut. Heute geht es in diesem Tutorial in Minecraft um den Pistenglitz, wie man eine Trubel verstecken kann. Ganz easy going. Dafür benötigen wir erstmal einen Grasblock, um auch natürlich die Oberfläche wieder zuzumachen. Dann gehen wir einmal auf Redstone und Transport und benötigen dort einfach nur den Pisten. Dann gehen wir einmal auf die Schiene und einmal auf die Lore mit Ruhe und einmal zu guter Letzt die Redstone Fackel, um einfach den Pisten einzuschalten. So, jetzt machen wir hier unten jetzt erstmal ein Loch, dann gehen wir mit dem Grasblock einmal nach vorne, dass das mit dem Loch einmal den Grasblock drüber ist. Dann setzen wir einmal die Schiene drauf, einmal Lore mit Ruhe und das Problem ist, die ist weggeschoben worden. Moment Nummer 9. So, dann hauen wir einmal den Grasblock weg und blub fällt das ins Loch rein. Die Truhe und wir machen hier rechts einmal zwei Blöcke nach oben, dann gehen wir einmal mit dem Block hier hoch, weil wir müssen das da so tun, dass wir in Survival sind. Deswegen gehen wir jetzt hier mit dem Kolben einmal hier drunter unten dran. So, einmal ein Loch, gehen von oben nach unten, das heißt hier setzen wir den nächsten Kolben hin, machen das Loch wieder zu, gehen eine Ebene höher, tun einmal die Redstone Fackel dorthin, wegschlagen. Fertig ist es. So, hier auf der Seite müssen wir noch Gras hin tun. Das ist die Kiste, man kommt dennoch nicht mit der Hand irgendwie dran. Das heißt, wir können das so machen, dass wir dann mit einer x-beliebenden Druckplatte, ob aus Stein oder Holz, ist völlig egal, einmal hier hin platzieren. Und wenn wir da drauf gehen, dann flup, geht der Piston nach oben, die Maschine wird angetrieben, eingeschaltet und wir kommen dann an die Lore dran. Wenn wir wieder runter gehen, verschwindet dies wieder, das heißt wir kommen nicht an die Kiste sonst dran. Das heißt, wir müssen immer auf die Druckplatte drauf gehen. Ich bin durch mit dem Video, ich hoffe euch hat es eigenermaßen gefallen. Wenn das der Fall ist, ihr wisst Bescheid, haut da rein, euer Hochnummer Wanderler, bis dahin und tschüss. Bis zum nächsten Mal.